Die Situation ist kritisch. Wir haben noch nicht Zeit, um unsere Basis zu bestätigen. Und die Zombies sind bereits in großen Zahlen. Wir können nicht ihre Anwälte halten, bis die restlichen Anwälte kommen, ohne dass wir etwas machen. Richtig. Ihr müsst das Zombie-Repulsion-Chemikalien rund um den Flugzeug, bevor es zu kalt ist. Der Railgun, was echt cool ist. Ja. Hm. Wieder mit dem Polizeiauto. Krankwagen. Usine. Sportauto. Nee. Bleiben wir bei. Polizeiauto. Das ist mal die dritte Stufe vom Raketenwerfer. Und fahren da sofort rein. Und machen sie platt. Ah ja. Kein Stress, kein Stress. Ja, mit dem Upgrade haben wir auch zwei Raketen. Was auch ziemlich geil ist, die gleichzeitig beschossen werden. Mega cool eigentlich. Ja. Überwachen wir das Teil wieder, ne? Not much. Spannend wie immer. Äh. Ja. Ja. So, du hast die Raketen jetzt nicht immer beim Aufschlag auf den ersten direkt explodieren, sondern teilweise noch ein oder zwei weiter fliegen. Oder kurz darauf erst explodieren. Zeitlich. Was echt ne Verbesserung ist. Noch besser, als dass es zwei Raketen sind. Ja. Ja. Wie lange denn noch? Das war's. Das war's. Das haben wir. Können wir gleich zum Bus-Tepo rüberfahren und die ganze Bus-Ecke kaputt machen. Das ist nur Geld, ich brauch ne Waffe. Das war's. Hallo. Und noch die letzten abknallen. Das ist ja verbrennen. Überfahren. Lassen wir mal. Äh. Das haben wir auch geschafft. War's das schon? Nee. Das macht mal was. Keine Brutstätte hier irgendwo. Gut. Ja, dann nochmal das Ganze, ne? Beteiligen wir nochmal. So ein Polizeiatum mit Minigans drauf hat schon was. Ich frag mich, warum die da immer so angezogen werden. Oh, hier riecht's nach unserem Tod? Weiß ich nicht. Das war's. Das war's. Ja. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, was das? Ja, zurück zur Basis, die ist ja direkt hier Flughafenbasis, hallo Zack Sehr einfache Mission Oh, diese Leichenteile, die da mal rausmatschen, ne? Wahnsinn Bisschen übertrieben Überfahrt doch die Zombies Das waren der Quatsch Wie ein Grafikfehler Ja, wir haben den Flughafen Neue Basis Ja, wir haben den Flughafen, die da mal rausmatschen, ne? Ja 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 Ja, das gehört zusammen Na egal Nächste Mission Ja Ja Ja, holen wir uns das Superauto Das war hier Zack Das sind wieder acht Leute Renten Ne, der Bus ist witziger Hippie Bus, acht Leute rennen Jawohl Erstmal nach oben fahren Und dann mal gucken Ich fahre einfach die große Straße entlang Das ist ein bisschen einfacher Mist Den wollte ich natürlich nicht mitnehmen, den großen Anscheinend Ach Abgo Hallo, hier kommt die Rettung Bisschen 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 Ah, das war's, okay. Okay, abgeschossen worden, wollen wir die Große wieder rundschalten. Ja, bis das Missionsziel auch was senkrecht mit uns liegt, können wir einfach gerade ausfahren. Zehn Raketen im Gepäck. Oh, das war's. Oh, das war's. Mörsen alle! Ja, es geht halt echt auf die Gesundheit in dieser Stadt zu arbeiten Das ist echt stressig Oh Oh Das ist mit euch Absichtlich so zweideutig Ich brauche Gesundheit, sonst wird das hier nix Nein Also Wir müssen es mit einem anderen Auto machen, sonst wird das nix Machen wir es doch andersrum, wir gucken uns erst das Auto Dann gucken wir mal Das hätte ich auch gerade nicht gedacht, das sind so überrennen Ach, stehen zu bleiben mit dem Flammenwerfer ist auch scheiße Geistig, wegklicken Nein Okay Send all those bastards to hell I wanna see you riding this beauty Ja Ja Ach, das Betat sich leider so gut mit den Viechern Ja Sam Ja 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 Ich bin Ja Ich bin Ja Ich bin Ja Do Ja Und wir haben den Wagen Das ist schon mal viel wert Boah kommt schon Wir holen jetzt eben auch noch die Piloten hier Wahrscheinlich müssen wir danach aber erst zurückfahren und die abladen Ach das sind sechs Scheiße Muss ich ja zweimal hin und her fahren Das ist natürlich richtig kacke Naja Fahr ich aber erst zu dem anderen wieder hin Was steckt auch da Schnell 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 So ja nach oben einfach Okay Na das Polizeiauto haut da ein bisschen besser rein als der Bus Was Wendigkeit und Geschwindigkeit angeht Okay 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 So das haben wir Ja Ja sauber Ja okay es regnet vielleicht auch So mal Ich muss ja Jetzt zu früh Ja 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 ich seh immer noch ein bisschen krank aus Lass mich weiterfahren Lass mich arbeiten Lass die Polizei ihren Job Herr Bürgermeister Herr Bürgermeister ich habe zwei Laternen umgefahren in ihrer Stadt Oh großartig hier dafür kriegen sie Geld Ich verstehe das nicht Okay andersrum wäre auch kacke wenn man dafür wieder Geld umgeben müsste aber Warum kriegt man da viel Naja Und damit haben wir wieder eine Mission geschafft Bäm Pfff 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 Pff Pff